Ja genau und jetzt ist die Tür zu Kopfschuss Ach der da hinten schießt auf mich Und da kommt auch noch eine Angepterkette Na du Arschlappen Ich weiß du musst jetzt los Ich mach das hier fertig Was ist denn jetzt schon wieder Der scheiße Helikopter Wir müssen den scheiße Helikopter irgendwie ausschalten Ist doch egal wie Scheiße Scheiße Ich hab ihn Ich hab ihn Ach ja 17 haben wir gekriegt Doch schön für dich Hast du auch Augen im Arsch oder so Hab ich Ich muss den Kettbecken! 1, 2, 3, 4, 5. Da hinten kommt noch einer angetackert. Ja, ist nur einer, der euch das Leben schwer macht. Wieder einer weniger. Jungs, so ein Arschloch hat hier geparkt. Ach so, wer ist da tot? Der da drüben ist auch tot. Es sind nur noch zwei übrig. Drei, wenn man es genau nimmt. Die werden wir mit dem Scharfschutzgewehr umlegen. Was ist der Gesichter hier? Oh, cool. Nee, ich habe keine Knarre, weißt du? Es ist nur einer, der euch ausratiert hat. Es sind nur noch zwei übrig. Das ist auch cool, der holt sich das Magazin aus der Jackendasche. Wie wäre es denn mal, wenn ihr Arschlappen herkommt zu mir? Ich laufe ungern. Ich bin gleich da, haltet durch. Auch das noch. Nein, habe ich nicht erwischt. Aber jetzt. Bedrohung ausgeschaltet. Mal gucken, ob ich von den Lappen hier noch was kriege. Hey, du hast mich nie zurückgerufen. Hast du den Typ, den wir gesucht haben? Ja. Ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen. Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay. Heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay. Ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Was hat hier nur für komische Lappen? Da oben werde ich nicht rauskommen, ne? Da steht ein Auto vor der Tür. Entweder haben sie es schon weggeschoben oder es steht immer noch. Es steht immer noch. Oh Mann ey, jetzt muss ich den ganzen Gag zurückplatschen oder was? Er hat eine Waffe, er hat eine Waffe. Ist das da? Leer. Wie weißt du, wenn du noch eine Scheißkiste hier wegwerst, du Lappen? Sonst mach ich die Platte, ey. Ja, wenn ich es nicht fahren möchte, dann müssen wir dafür sorgen, dass es wegkommt. Ja, du kannst auch gerne in deiner Presse sitzen bleiben. Dann gehst du halt mit hoch. Nein, das geht nicht. Du hast übrigens einen Platten vorne rechts. Jetzt müssen wir warten bis die Karre ausgebrannt ist oder was ey. Weck dich doch an. Ich auch. Aber mich fragt ja keiner. Da komm ich auch nicht weit. Doch, wir können schwimmen. Nachladen. Nachladen. Wie, da kann ich nicht hinaustreichen. Jetzt wolle ich mich aber verkack eiern hier. Ich steig ja dann auf. Ach, du Lappen ey. Mann, 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 Mann. Komm, mir holen wir mal ein bisschen Geld ab. Hm, 17.520. Verpisseläßig. Sollte ich doch mal die Würfe wegstecken. Und 360. Was ist denn das für ein Hunk hier? Der Rumorneck. An die Regierungs. Früher Schachmeister. Mitglied eines Wissenschaftsclubs. Ja, ja. So sind sie. Die Honks. Ich brauche nur noch einen Tag. Nein, das ist nicht gut. Überleg dir das noch mal. Legst du dich mit mir an? Recht vielen Dank, Mann. Ich weiß von nichts, man hat mir sause. Notrufzentrale. 336 TT. Was ist denn da? Was ist denn da? LF an Einsatzkräfte, CDOS-Scan nach Verdächtigen wird gestartet. Jetzt rennt ja gerade vermunder. An alle Einheiten, CDOS hat die Verdächtigen lokalisiert und markiert. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Aus mit dir. Skilpunkte erhalten. Das ist jetzt ganz schlecht im Moment. Aber hey. Also gut. Ähm, wie wärs denn hier? 4 pünktlich. Was haben wir denn hier? Was ist das da? Profileroptimierung. Punkte 4. Markiert automatisch Zivilisten. Die Lohn der Hackbelohnung versprechen. Systemschlüssel, lukrative Banknoten und hochwertige Fahrzeuge. Neh mich. Wir müssen ihn platt machen. Ich fahre ihm in die Seite. Achtung. Hören Sie ran! Ich denke ja gar nicht ran. Äh. Wir können hier Hilfe gebrauchen. Bleiben Sie, wo Sie sind. Das hättest du wohl gern, ne? Das hättest du wohl gern, ne? Oh je. Halten Sie das Fahrtergang sofort. Versuch ihn zu drehen. Du bist auf der falschen Fahrbahn. Weiß fahren Sie rechts ran. Den nehme ich auf die Hörner. Passt auf. Anhalten. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Geben Sie auf. Anhalten. Mich hast erwischt. Mich hat's erwischt. Mich hat's erwischt. Mich hat's ganz schwer erwischt. Das war hin. Auf Ort anhalten. Das ist ein Befehl. Natürlich. Ich bin nicht mehr Leute. Wir haben ihn. Bleck auf.